Herzlich Willkommen zurück hier bei der Wettervergruppe Zorgte... ...Emmurt! Gut, Schuss, macht das fertig. Unterkühlung leicht. Alter, geh ins Bett! Vorratskapsel. Stopp, jetzt wird mir zu viel hier. Zum Wortspringen. Das ist Camisas Aufgabe. Das wollen die alle nicht. Wow! Die haben noch einen Flachbildfernseher dabei. Stahlskulptur gut. Die normale geben wir weg. Die guten geben wir weg. Normal und gut. Die schlechte kann weg. Schäbig. Das kann alles weg. Das Gold nehmen wir komplett. Das Plasch da nehmen wir komplett. Die Bauteile nehmen wir komplett. Und müsste nur noch 500 bezahlen. Annehmen. ... 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 Okay. Die hier unten arbeiten. Kannst du noch mal ganz kurz hingehen mit Björn? Da ist Björn. Ich würde doch ganz gerne mal gucken, wie es aussieht mit Bia. Wollte ich nicht haben. Okay. Zwölf, sechs. Gut, komm weg. Überlegen, sehr gut. Exzellend, sehr gut, komm weg, gut, komm weg. Überlegen, sehr gut. Und, komm weg. Wundermacher. Ah, verrücktes Tier. Jagen. Die Gang kommt. Erstmal rein, Camisa. Gut, habt ihr Camisa. Genau, sofort ins Bett mit dir. Katzer, 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 Katzer. Was macht Krojo? Gut sich aus. Gut sich aus. So. Überlegen, exzellent, überlegen. Normal. Normal. Weg. Weg. Meisterlich. Überlegen. Weg. Weg. 속ολ Corey, Katzer. Wo. Seit мер. Wo wird ein Psychoid eingeladen? Drogen Nein Drogen Drogen Werden damit eingelagert Grohes Zeug Nimm die Textil Sie haben einen Schild Sie haben einen Schild Wir sind eine Schilder Sie haben einen Schilder Sie haben einen Schilder So, Kroyo. Drogendabor. Neutramin und Yayo. Drogendabor. Drogendabor. Okay. Die Maschinen schickte davon. Und der kann auch weg. Möbel... Sessel. Kannst doch noch ein paar neue Sessel bauen. Hier wird massiv unten hergestellt. Hier wird eine dicke fette Party gefeiert. Und ist sowieso in die Arbeit gegangen. Alles klar, super. So, dann können wir mal einen Schuck trinken. Nebel... Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen... Kein Stahl. Arbeit. Bergarbeiter. Cheeks. Befehle abbauen. Würdet ihr bitte das mal fertig machen? Und vor allem das hier. Und das hier. Aber jetzt habe ich Loser dahin gepackt. Loser darf nicht. Loser muss sich um die Forschung kümmern. Werbens store, Kaja. Was noch der Tag? Der Tag? Ist das heute? Oder ist das? Ich schlafe! Du, du daran. Das ist doch auch so ein Bau-Genie. Okay. Schlechter Unterhändler. Camisa ist ja halt unser Unterhändler mehr oder weniger. Okay. 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 while es mein하면 steu. Okay. Komm her. Komm her! Komm her! Komm her! ein arbeitstisch ja das gehört auch dazu das gehört zu handwerk aber unsere handwerker kochen halt zuerst verarbeiten dann unsere massen an hopfen unsere bauarbeiter sind natürlich auch damit beschäftigt die steine die jetzt auch hergestellt werden so essen ist fertig dass einer wird jetzt da sich darum kümmern ganz kurz noch mal den einen essen genau das essen herzustellen und geht dann wieder allerdings und guck mal hopfen ist fast nichts mehr da hier unten sind sachen sind fermentiert das hat schon wieder probleme dann geh doch mal raus an die frische luft so früh schlägen so wie alt seid ihr alter eins okay die haben wir schon getauscht das heißt wir könnten diese ganze generation hier einfach mal komplett zum schlachter schicken so aufgaben koch einfach mal zeit leckere mal zeit los 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 also erst üppig, lecker, einfach üppig, lecker, einfach üppig, lecker, einfach und damit geht es weiter in der nächsten Folge ich bedanke mich fürs Zuschauen ich freue mich, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid ich würde auch sagen tschüss bis zum nächsten Mal tschüss